Oh yeah! Okay, The Joker bringt mich in den Gottraum, muss ich mir merken. Oder wahrscheinlich auch in den Satanraum, aber in dem Fall halt jetzt Gottraum. So. Ich frage mich, wenn man The Joker in Dings hat. Und Womp 2, kommt man dann direkt nach Sheol oder was? Weil der Satanraum in Womp 2 ist ja der Zugang zu Sheol quasi. Das wäre ziemlich praktisch. Könnte man sich das Herz sparen und man hat halt Zugang nach Sheol. So. Ep. Tot. Den Akatraum will ich gerade eigentlich nicht. So. So. Okay, ich kriege kein blaues Herz mehr zusammen. Das ist... Obwohl... Hm... Ich weiß... Ich hab da nie durchgeblickt, wie das ist, aber soweit ich weiß, bringen Bosse 2 Aufladung, oder? Wen haben wir denn? Ach ja, Pestilenz, klar. Okay. Wenn er 2 Aufladen gibt, kriege ich noch ein Herz. Das wäre natürlich praktisch. Wenn nicht... Naja, den Boss Rush will ich nicht unbedingt für ein blaues Herz machen. Ich denke, dann habe ich Pech gehabt. Bei Pestilenz ist es jetzt auch sehr praktisch, dass ich fliege. Weil ich kann jetzt halt über seine komische Grütze hier wegfliegen. Äh... So. Ep. Und... Ep. 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 Äh, der dauert, ne? Ich hab, glaub ich, zu wenig Schaden. Bau mal eine Initiative. Ein bisschen mehr. So, jetzt ist er aber gleich tot. Und zwar jetzt. Der Wührraum, sehr schön. Kürbauf, Miet, und ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Okay, ich hab noch Zeit. Hm, ach ja, gut, ja, natürlich. Was sonst? Äh, Okay. Dann geh ich jetzt in den Shop und hol mir meine Karte. Ich hab leider kein Buch mehr gekriegt. Was soll's? Prayer Card. Plopp. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Und hepp. Rein da. Bäm. Herz. Necropolis. Versprochen. Necropolis. Die Alternative zu The Deaths. Die Musik hier ist cool. Ah, wieder so eine Karte. Was ist diesmal? Two of Clubs gibt mir doppelte Bomben, oder? Ja. Okay. Also man hat bei diesen Spielkarten immer entweder... Das ist eine 2, die bringt dann immer irgendwas doppelt. Oder halt den Joker. Ich weiß gar nicht, was bei Two of Hearts passiert. Hat man ein doppeltes Leben? Das wäre ja irgendwie lame, ne? Wahrscheinlich spawnen wie bei The Lovers einfach zwei Herzen. Oder so. Kein Plan. So, wieder die komischen weißen Fliegen. Warum auch immer die komisch werden, wenn man den Haufen zerstört. Oder Aggro. Keine Ahnung. Ich verstehe diese Fliegen nicht. Ach ja, da haben wir wieder eine grüne Version. Die sind aber gar nicht so nett, die Teile hier. Ach ja. Stimmt. Hä? War der nicht tot da? Die blauen Stacheln sind nicht nett. Ach. Ich vergesse, was sie machen. Oder ich vergesse, dass ich nicht in ihren Weg laufen darf. So. So. Oh, oh. Das war fies. Das war richtig fies. Boah. TNT. So. Und die Bombe. Ach, der Turm erledigt die Fliege. Ach. Spinne. Mein Gott. Dü, 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 dü. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Ach so. Das sind die gleichen wie die mit dem Laser, nur dass die so einen kleinen Schub schießen. Ich weiß nicht, wo jetzt genau der Unterschied liegt. Obwohl, die machen, glaube ich, mehr Schaden, oder? Ich weiß es nicht. So. Und. Ne. Haben die jetzt ein oder ein halbes gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Äh. Rotes Feuer. Rotes Feuer kann mich angreifen. So. Genau. Da hat man es gesehen. Was haben wir hier? Voll elf. Oh. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr, sehr nett. Und der Kleingeldmann. Ist auch nett. Wobei, sechs Münzen bin ich mir nicht sicher, ob das ausreicht. Mal sehen. Jawohl. Haha. Neun richtige Herzen. Ach, eine Bücherei. Die sind auch cool. Da kriegt man immer zwei Random-Bücher. Ach, ja, natürlich kann die sich da reinglitschen. Warum auch nicht? Man hat ja sonst nichts zu tun. Doof. So. Münze. Und Münze. Ach, Quatsch. Feuer. Und Feuer. So. Ja. Book of Shadows. Book of Dings. Hm. Naja, eigentlich wirklich gut wäre nur noch die Bibel, weil... Alles andere ist schlechter als meine Karte. Deswegen nein. So. Wobei, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche neuen, coolen Bücher gibt. Kann natürlich sein. So. Jetzt backt sich bitte keine Spinne hier in mein... Mein Verlies. Mein... Keine Ahnung. Mein Gemach. Genau, mein Gemach. Ich hab'n Schaden, ey. So. Hep. Hep. Und... 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 Tot. Und tot. Hallo, ich hab's gesagt. Tot. Und du bist ebenfalls tot. Bam. Hm. Näh. Was für ein doofer Raum. So. Ah, wobei, mir fällt grad auf... Wär ganz cool gewesen, wenn grad noch... Mal das Book of Revelations gespawnt wär. Dann könnte ich mir jetzt hier... War... War... Holen. Warum? Warum mach ich den auf? Und warum geh ich rein? Und warum krieg ich dann Greed? Drei Fragen... Die nie eine Antwort finden werden. Aber Steam Save wär' jetzt schon lecker. Würde ich mal so behaupten wollen. So. So. Oder halt Geld. Aber... Ich hätt' lieber Steam Save. Tütütütü. So. Äh. Ach Gott. Die sind... Hässlich wie sonst was. Äh. Die sind richtig hässlich. Ich glaub' die können sogar Bomben... Bombenfliegen spawnen. Äh. So. Ja, da. Wenn sie sterben. Okay. Hep. Hep. Die haben viel Leben, ne? Meine Fresse. Hässlich. So. Wow. 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 So. Und... Curse Room, wenn ich die getötet hab. So. Truhe. Jawoll. Was haben wir hier? Ah. Mann. Gut. Ich hoffe mal, dass ich hier noch irgendwo... Ich hab' eine Megatroll-Bombe gehabt. Oder Super-Troll-Bombe. Keine Ahnung, wie die heißt. Äh. Ich hoffe mal... Ne. Schade. Ich hab' gehofft, es kommt noch ein Boss-Rush-Raum. Oder ein normaler Kampf-Raum. Damit ich hier mir noch ein bisschen was erschnorren kann, quasi. Aber... War nicht. Äh. So. Ah. Ich lass' mich doof treffen. Ich lass' mich doof treffen und die ziehen tatsächlich einen ab das Mies. So. Ein Schlüssel. Brauch' ich gar nicht. Aber trotzdem danke. So. Jetzt könnte ich noch mal so eine Full-Health-Pille gebrauchen. Äh. Häpp. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wie? Hab' ich nicht richtig getroffen? Oder... War das ab? Hab' ich schon eine Vermutung. So. Äpp. Auch nicht. Gibt einfach mal gar keinen Geheimraum, oder was? Also auf jeden Fall können jetzt auch an so einem Ende Geheimräume sein. Die haben dann so eine blöde Maschine. So eine Wahrsage-Maschine. Oder irgendein Item, glaub' ich, kann auch sein. Hier sieht irgendwie noch so verdächtig aus. Äh. Hm. Keine Ahnung, wo der ist. Sehr uneindeutig hier. Hi, Loki. Ich wär' dir eigentlich sehr verbunden, wenn du mir den, äh... Das Mark... Das Mark... Keine Ahnung. The Mark einfach, äh... Spawns. Weil dann hätte ich endlich mal ein bisschen Schaden und das wär' ziemlich geil. So. Ich weiß gar nicht, ob Loki das kann. Also ich geh' mal davon aus, weil er hat halt The Mark auf dem Kopf. Sieht man ja da, die... Drei Sechsen. Aber... Ich weiß nicht, ob er es wirklich spawnen kann. Klingt sinnvoll, find' ich. Aber... Ob er es spawnen kann, weiß ich halt nicht. Muss ich eigentlich mal nachlesen. So. Bam, bam. Auf jeden Fall ist Loki nicht so das Problem. Äh, natürlich kann er mich in nem Stein treffen. Kein Ding. Was war das denn jetzt für'n Move? Springt erst mal ein Meter weiter oder so. Schau wieder. Er soll das. So. Geil. Genau das, was ich jetzt haben wollte. Genau das. So. Aber ich krieg' noch ein Herz. Hepp. Und noch ne Bücherei, okay. Book of Sin. Kann ich einmal verwenden. Jawoll. So. Äh. Oh Gott. Greed. Oder Greed. Körper und Köpfe. Ah ja, die haben auch so ne weiße Fliege. Die wird dann halt auch aggro, wenn ich den töte. So. Hepp. Und. Hepp. So. Tschapp. Was geht? Also du nicht. Du kriegst aber sonst. Was geht? Boah, der war schlecht, ne? Ja, der. Doch, doch, doch. Der. Ich geb's zu. Der war schlecht. So. Friss mal hier sowas. Bam. Finde ich in Ordnung von dir. Und vor allen Dingen, dass ich neben dir stehen bleibe, wenn ich explodiere, ist sehr, sehr sinnvoll gewesen. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir Bombenwürmer. Die sind natürlich nett. Sehr toll und nett und gar nicht. So. Aber ich glaub, spawnen die immer was? Ich weiß es gar nicht. Sieht so aus, ne? Und kein Geheimraum für mich. Und ein Fistula für mich. Ich bleib aber hier in der Ecke. Dann schießen die Türme nicht. Oder so ein bisschen in der Ecke. Das war gut, Turm. Das war gut, Turm. So. Dann gehen die kaputt. So. Ja. Ja. Na. Ist halt blöd. Man konzentriert sich eigentlich darauf, das Herz zu treffen und vergisst dann, dass die Masken trotzdem angreifen können. Ah, und wieder die hässlichen Teile. Ah, die dauern so ewig. Und dann noch ein Fistula dabei. Das ist doch dumm. Ah. Schöner Raum. Echt. Richtig, richtig schöner Raum. Äh. Was? Zweieinhalb Herzen nur noch. Was mach ich denn? Nicht noch sterben hier? Das wäre... Wäre scheiße. Ah. So. Tut. Tut vor allen Dingen. Ja, tut. Das neue Wort. So. Stirbst du jetzt? Danke. Und du stirbst auch. Und am besten nicht in meiner Nähe. Sehr schön. Die Prayer-Karte ist voll. Und ich krieg wieder solche Herzen. Wunderschön. Was mach ich? Keine Ahnung. Okay. Hier drin können die mir nix. Und ich krieg grad richtig viel Schnupf wegen. Ich muss mir da in die Nase putzen. Aber geht grad nicht. Ah. Stumm. Ah. So. Hep. Tot. Äh. Ne. Oh. Ich seh grad. Ich hab von allem zwölf. Das sieht episch aus. Hm. Aber ich brauch irgendwoher full health. Anders geht's jetzt gerade nicht. Ja. Und ich baue ein Taschentuch. So. Ah. Danke für die Blumen und so. Naja. Aber immerhin kann ich mir das Loch hier in der Mitte zunutze machen, um auszuweichen. Ah. Danke. Ah. Sehr freundlich. Geht ihr auch mal tot? Danke. Danke. Ja, dann alle auf einmal. Klar. Gruppzwang oder was? Oh. Okay. Ein Shop wird sich noch lohnen. Häp. Hep. Und häp. Äh. Düdüdüdüdü. Ein Arcadrum. Puh. Nein. Ein Arcade-Room. Soll ich versuchen, ein Bloodbag zu kriegen? Wow. Vielleicht sollte ich auch versuchen, nicht zu sterben erst mal. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Oh. Heilige Mutter. Ah. So. Bloodbag ist meine einzige Chance, die ich noch habe, oder was? Sieht ganz sana aus. Ah, was ist das? Oh no. Oh no. Doof! Ah. Doof. Mann. Mann, Mann, Mann. Das riecht mich jetzt auf. Ah. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Tschüss. Oh. Profäant. AKE Thunder.